Trotz Lügen oder trotz vermeintlicher oder wahrscheinlicher Lügen die Wahrheit herauskriegen. Wie geht das? Mit was müssen wir uns da beschäftigen? Und Lügen sind Tatsachen in unseren menschlichen Denk- und Verhaltensweisen, in unserem menschlichen Miteinander. Darüber sollte man sich gleich zu Anfang sehr im Klaren sein. Wir werden Lügen nicht aus der Welt schaffen, auch wenn sie in irgendwelchen Geboten oder Tugendhaftigkeiten immer wieder gelehrt werden. Und es ist wichtig, dass man das lehrt. Und es ist wichtig, dass du deine Kinder in der Richtung erziehst, dass sie eben die Wahrheit sagen, wenn es darauf ankommt und wenn es sehr wichtig ist, tatsächlich die Wahrheit zu sagen und sich der Wahrheit zu stellen. Das ist natürlich etwas ganz Wesentliches in unserem Leben, sonst können wir niemandem und keinen Dingen mehr vertrauen, wenn das nicht möglich wäre, also wenn eine Lügenkultur sehr verbreitet wäre, bis hin zu den bizarren und exotischen Trieben, die so eine Lügenkultur haben kann, wie Münchhausen-Syndrom und was nicht alles irgendwo oder Leute, die nur fabulieren. Also ich habe zum Beispiel auch einen Freund, einen ehemaligen Freund, der hat Geschichten erzählt und du denkst, mein Gott, wie herrlich und wie toll, was der alles erlebt hat. Und wo der war, oder es gibt Autoren, die ich sehr schätze auch, oder Menschen, da blickst du relativ schnell durch und merkst, mein Gott, der lügt sich da was vor, der lügt den anderen auch was vor, der fabuliert. Aber das ist ja eine gewisse Variante des Lügens, die man vielleicht jetzt nicht so schwerwiegend betrachtet, wie das direkte Anlügen von jemandem, der dich gerade beklaut hat und den du gesehen hast, wie er geklaut hat und der lügt dich an und das empört dich unheimlich. Also sowas kann man dann eher durchgehen lassen, diese Lügengeschichten, diese Fabulationen, was ja eine Fantasie ist letztendlich, aber natürlich auch zum Problem werden kann. Also ich will damit sagen, gleich zu Anfang dieses Audios, Lügen ist etwas sehr Gängiges und etwas sehr Typisches für Menschen. Aber trotz Lügen die Wahrheit herauskriegen, geht das überhaupt oder wie geht das, wenn? Wir könnten natürlich einen Lügendetektor anwenden. Die Amerikaner oder in großen Teilen der amerikanischen Staaten sind Lügendetektoren durchaus zugelassen, in Deutschland nicht. Also ein Gerät, das nichts weiter macht, als Mikroströme zu messen, die man bei Aktionen hat, also auch bei muskulären Aktionen hat, die man messen kann. Und da stellt man Fragen und da gibt es Antworten und kann man anhand des Musters, des Lügendetektor in der Aufzeichnung sehen, aha, ist da ein Ausschlag in diese Richtung, jene Richtung, so dass eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass man jemanden überführt durch so ein Gerät. Und der Grund, warum das in Deutschland nicht erlaubt ist vor Gerichten, ist schlichtweg der, weil es einfach fehlerhaft ist, hat eine Fehlerquote und da kann ich Fehler nicht ausschließen und deswegen ist es nicht zugelassen. Also insofern diese Illusion, das technisch messen zu können, wie meinetwegen jetzt auch neurobiologisch als Möglichkeit für die Neurobiologie-Fans, die sagen, ich kann mit einem MRT alles machen, ist natürlich eine absolute Illusion. Insofern ist das Technische hier sehr, sehr beschränkt. Natürlich das Feeling, wie geht das, kann ich eine Wahrheit rauskriegen? Das Feeling kann, Feeling, also das berühmte Bauchgefühl, die Intuition und vieles ist tatsächlich rudimentär in der Richtung, ein Feeling zu haben, sich der eigenen Intuition zu vertrauen und eben dann im Feeling zu spüren, mein Gott, ich bin misstrauisch, da stimmt doch irgendwas nicht, irgendwas stimmt nicht, ich weiß nicht was, ich weiß auch nicht warum, ich kann es mir nicht erklären, aber mein Feeling, meine Intuition sagt mir, das stimmt nicht. Aber Achtung, das Feeling ist wichtig, die Intuition ist damit wichtig auch. Eine Intuition ist ja auch noch mehr als Feeling, es ist Wissen, es ist also etwas eher Unterbewusstes, was läuft. Das kann einen auch täuschen, man kann sehr schnell sich selber täuschen. Und das ist dann nicht mehr so schön, wenn man dann jemanden überführt hat, der lüge und der hat gar nicht gelogen. Also insofern ist das auch sehr begrenzt. Das, was natürlich dann sehr stark zählt, jetzt gerade auch vor Gericht oder in juristischen Auseinandersetzungen, die letztendlich ja absolut das Tragen haben, also auch wirklich die Beweislast tragen und eine Gerechtigkeit produzieren wollen, ist natürlich das A und O zu beweisen. Ich beweise dir, ich beweise dem, dass er gelogen hat. Und das ist nicht so. Also hier ist der Beweis dafür, wie auch immer der Beweis aussieht, dass jemand etwas Falsches gesagt hat und dass er dann meinetwegen auch angeklagt wird. Oder dass wir ihn überführen oder eben im normalen Leben damit konfrontieren und sagen, das stimmt doch nicht. Also das ist das, was wir mit unseren Kindern oft machen. Da ertappen wir sie dabei, wie sie gelogen haben. Und dann wird das Objekt als Beweis präsentiert und dann ist das Kind oft baff und denkt, oh Gott, ja, scheiße, habe ich nicht dran gedacht irgendwo. Und beim nächsten Mal ist es dann hoffentlich besser und wird nicht gelogen. Aber auch hier, auch nochmal so by the way, die Kinder immer wieder dafür zu maßregeln, dass sie gelogen haben, auch bei kleineren Lügen oder diesem Fabulieren, das ist dann wieder abwegig. Also mit Lügen kategorisch umzugehen, prinzipiell umzugehen, als Prinzip niemals zu lügen, halte ich für einen absoluten Fehler. Es geht hier um die Lügen, die jetzt wirklich problematisch sind und gefährlich sind, damit umzugehen, aber das nochmal hier nebenbei. Der berühmte Psychoanalytiker und auch Gruppentherapeut Yalom, Erwin Yalom, schreibt immer wieder auch, welche Lügen hatte der Klient jetzt wieder aufgetischt gerade, so, du sitzt dabei, du lässt den erzählen, du hörst zu und irgendwo spürst du, und das kenne ich sehr gut aus meiner psychotherapeutischen Praxis, irgendwo ist deine Intuition, oh, das ist doch nicht stimmig oder das hat eine gewisse Allogik. Also es kommen ja verschiedene Sachen zusammen und du spürst auch aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund deiner Verbindung, deines Mitgefühls zu dem Klienten oder deines Verstehens des Klienten, das ist ja ein sehr komplexer Rahmen auch, da ist was nicht stimmig und welche Lügen hat er mir da wieder aufgetischt, warum und zu welchem Zweck und warum und dann konfrontierst du. Und dann gehst du an diese Themen heran, du lässt dir bei Leibe nicht alles erzählen und nimmst das für bare Münze, was dir Klienten, was dir Menschen erzählen. Wenn man das tut, wenn man so naiv ist, dann versteht man Menschen schlichtweg nicht und dann sollte man doch sehr in Zweifel ziehen, ob man überhaupt mit Menschen umgehen kann. Also dieses Maß immer wieder hinzubekommen, was ist jetzt gelogen, was ist übertrieben, was stimmt so wahrscheinlich nicht, was muss ich relativieren, wie hätte das der Mensch von dem, der mir gerade erzählt, selber gesehen, also sich auch in der Lage zu sein als Begleiter, in die Position der Menschen hineinzuversetzen, von denen gerade der Mensch vor dir erzählt, ist ja auch sehr wichtig. Also Standpunkt zu wechseln, also sehr, sehr weit zu sein in der Aufmerksamkeit, ist ja das, was Freud meinte mit der freischwebenden Aufmerksamkeit. Und die freischwebende Aufmerksamkeit geht eben auch mit dem Lügen um, mit diesen Dimensionen von Lügen geradezu. Wie gesagt, die kleinen Lügen, genauso wie die großen vielleicht Lebenslügen, wenn wir die so nennen möchten. Und das ist sehr wichtig. Also ein blinder Glaube daran wäre vollkommen abwegig. Dann würdest du dich von jedem Klienten verführen lassen, der dir in seiner sogenannten Psychotherapie beweisen will, dass er gut drauf ist und dass er immer richtig gehandelt hat und dass alles stimmig ist und so weiter. Und das ist es natürlich nicht. Und insofern können wir sagen, auch philosophisch sagen, Lügen sind immer die interessante Möglichkeit des Denkens. Wir sind als Menschen deswegen so raffiniert und wir sind so kreativ und wir sind so flexibel und wir sind vielleicht so erfolgreich als Spezies, weil wir vor allen Dingen auch lügen können. Und Lügen bedeutet, ich erzähle etwas, was so nicht stimmt. Eine interessante Denkalternative. Also eine starke Flexibilität und Kreativität. Und das hängt natürlich mit Fantasie zusammen. Das hängt mit Konstruktion zusammen. Ich kann alles Mögliche aus dem Denken heraus und aus der Formulierung des Denkens heraus denken und konstruieren. Unter anderem eben auch das Lügen. Deswegen, wie gesagt, werden wir das Lügen nicht aus der Welt schaffen. Es ist immer die Möglichkeit und natürlich die große Herausforderung, sich dann mit dem Phänomen des Lügens auseinanderzusetzen. Aber Lügen ist eine interessante Möglichkeit und damit Variante unseres menschlichen Denkens. Die Täuschung überhaupt. Natürlich, wenn wir sagen, ganz simpel sagen, wie geht das, trotz Lügen die Wahrheit herausbekommen. Und andere Menschen um die gleichen Umstände befragen. Das sind ja dann meinetwegen auch die Beweislasten, die angesprochenen. Wie sehen das andere Menschen? Wie beurteilen das andere Menschen? Das Urteil der Bewertung ist sehr wichtig. Da sagt dir irgendetwas und ein anderer Mensch, der den auch in den Umständen gesehen hat oder den Anlass der Umstände genauso erlebt hat, der sagt das, sieht das in einer anderen Perspektive. Das sind die Zeugen beispielsweise, die wir dann vor Gericht haben, die als Zeugenaussagen im Notfall vereidigt werden, um die Wahrheit zu sagen. Und wenn sie die Unwahrheit sagen, und es wird ihnen bewiesen, dass sie die Unwahrheit gesagt haben, dann kriegen sie eine saftige Strafe. Andere Menschen um die gleichen Umstände befragen oder Phänomene befragen. Natürlich in diesem Zusammenhang auch die Auseinandersetzung, was ist ein gesundes Misstrauen versus einem naiven Glaube oder versus einem stetigen Argwohnen bis hin zu einer Paranoia. Nicht Misstrauen hat ja dann durchaus auch verschiedene Dimensionen. Ich kann natürlicherweise misstrauisch sein und argwöhnlich sein und mir nicht alles auftischen lassen, was mir jemand erzählt oder was so behauptet wird. Und das Internet ist voll, voller Sachen, die behauptet werden, die gefakt werden und bewusst gefakt werden, weil es eine Strategie ist oder eine Taktik ist. Wenn ich dann in allem blind glaube, naiv, bin ich kindlich drauf, bin ich einfach nicht reif als Persönlichkeit. Habe ich naiven Glaube und Gnade der Therapeutin und dem Therapeut oder den Menschen, die wirklich jetzt professionell mit anderen Menschen umgehen, die in diese Fallen hineintappen, Gnade denen, nicht? Also die sehen das gar nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es dann das Extremaß, tatsächlich jemand, der nur noch misstraut und argwöhnlich ist bis hin zur Paranoia. Die Welt ist schlecht. Die Welt will mir nur Schlechtes tun. Alle Menschen wollen, wir tun nichts Gutes. Das ist dann eben auch problematisch. Also gesundes Misstrauen versus naiver Glaube. Also immer wieder auch tatsächlich das Vermögen zu haben, etwas zu hinterfragen, sich unterschiedlich damit auseinanderzusetzen, es wirken zu lassen, loszulassen, dann irgendwann mal nachts aufzuwachen und dann zu überlegen, kann es sein, kann es nicht sein und sowas aus diesen Dingen, eben mit diesen Dingen umzugehen. Das bedeutet, um Lügen zu ertappen oder damit umzugehen, muss ich immer wieder gewissenhaft nachdenken. Und das gewissenhafte Nachdenken, das ist sehr interessant. Das bedeutet eben nicht nur profan während dem Kauen nachzudenken, aber auch während des Kauens oder in welchen Lebenslagen und Lebenspositionen auch immer. Aber gewissenhafter Nachdenken, es nachheilen lassen in dem Gewissen, in dem sogenannten Gewissen, ist ja mehr als Wissen. Und Gewissen ist auch mehr als Beweislast. Achtung, es ist mehr als Beweislast, was ich nachweisen kann. Sondern da ist noch etwas anderes beteiligt. Es ist in meiner Person zusammengebündelt als Gewissen, aber es inkludiert und es bezieht andere Dinge mit ein. Also Gewissen ist etwas sehr Umfangreiches. Und gewissenhaft Nachdenken ist natürlich immer wieder eine Herausforderung in unserem Leben. Natürlich sich selbst mit der Angelegenheit beschäftigen, also selber recherchieren, selber dem nachgehen, selber andere Umstände Menschen, wen auch immer befragen, vor Ort gehen und zu sagen, so stimmt das und kann es stimmen oder ist es stimmig oder ist das irgendwo falsch. Sicherlich auch und ganz wichtig, die Intuition als Gradient der Wahrheit und der Unwahrheit. Und die Intuition ist eine Zusammenfassung dessen, was wir wissen. Auch die Gewissenhaftigkeit ist hier drin und das, was wir fühlen. Also das gesamte Potenzial unserer menschlichen Aufmerksamkeit bezüglich einer Sache hineinzugeben und dem eben etwas tatsächlich Rechnung zu tragen. Also ich nenne das gerne Gradient, die Intuition als Gradient. Und die Intuition ist eine mächtige Möglichkeit, die wir als Menschen haben, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen. Natürlich stellt sich hier zum Ende dieses Artikels die Frage, wird in der Kultur, in jeglicher Kultur, wird oft gelogen? Ist Lügen etwas Übliches? Und ich würde sagen, ja, es ist üblich, auch wenn es wehtut und wenn es unangenehm ist. Und wenn du nicht genau weißt, was die Wahrheit ist, Fakes, postfaktische Dinge und wie wir es auch benennen wollen, sind einfach da. Es ist ein Phänomen, mit dem Menschen umgehen und eben es auch dadurch einen Teil ihrer Sinnhaftigkeit ausmacht oder der Sinngebung, der Sinnverleihung geradezu ausmacht. Es wird oft gelogen. Und insofern können wir auch sagen, gibt es gerade, oder wir könnten die Frage stellen, gibt es geradezu eine Kultur des Lügens? Natürlich gibt es die Kultur des Lügens. Und sie ist manchmal verbreiteter und manchmal nicht so verbreitet. Aber dieser naive, tugendhafte Glaube oder die Gebote, nicht zu lügen, reichen alleine nicht aus. Es wird immer wieder gelogen. Und es wird auch immer wieder nicht gelogen. Es gibt erstaunlicherweise viele, viele Menschen, die vormals gelogen haben und sich plötzlich darüber im Klaren werden können, dass sie gelogen haben und dann froh sind, dass sie der Lüge überführt worden sind, dass sie befreit wurden und sich selbst befreit haben von der Lüge. Also meinetwegen, die Suchterkrankungen sind voll davon, von diesem Lügengebäude. Mir macht das doch nichts aus. Ich habe das unter Kontrolle. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Andere haben Probleme damit und so weiter. Das sind so die typischen profanen Beispiele dafür. Und die machen sich was vor und eines Tages plötzlich aufgrund des Leidensdrucks bemerken sie, es geht nicht mehr so weiter. Ich muss mir eingestehen, ich muss das Eingeständnis machen, diese Kapitulation. Ich habe ein Problem und dann ist gut und dann ist eine Gewissenslast von einem gefallen. Und das ist immer wieder sehr, sehr berührend, so etwas mitzuerleben. Und insofern können wir zum Schluss sagen oder die Frage stellen zum Schluss, sind Lügen ein Sinnbestandteil unseres Lebens, um diesen Begriff nochmal aufzunehmen. Und würde ich auch geneigt sein zu sagen, ja, sind sie. Lügen sind auch ein Sinnbestandteil unseres Lebens. Aber wie gesagt, das Problem am Lügen ist, wenn wir nur noch eine Lügenkultur hätten oder viel stärker verbreitete Lügenkulturen, sogenannte Lügenkulturen hätten, dann wäre Vertrauen und dann wäre ein Miteinander, ein soziales Miteinander nicht mehr möglich. Dann wäre Mord und Totschlag wahrscheinlich an der Tagesordnung und Krieg und kriegerische Auseinandersetzung und Schrecklichkeiten und all die Möglichkeiten. Und dann könnten wir nicht mehr zusammen kooperieren, zusammen sein als Menschen. Dann würde eine Ehe keinen Bestand mehr haben, dann eine Beziehung keinen Bestand haben. Dann wäre das ganz schlimm. Also wir müssen immer wieder darauf achten, dass möglichst wenig gelogen wird. Oder wenn, dann fabulierend oder märchenhaft oder fantasiemäßig, was man dann auch sehr schön unterscheiden sollte. Also was ja schon Kinder lernen, auch dass das Fantasiekonstrukte sind. und sehr wohl verstehen, was Fantasie ist und was eben die Realität ist, der berühmte Realitätscheck ist. Aber es ist eine permanente Auseinandersetzung mit diesem Phänomen des Lügens. Und immer wieder auch die Frage, die wir stellen können, trotz Lügen die Wahrheit herauskriegen. Wie geht das? Wie geht das?